Was ist das, was ist das, was ist das, was wir tun? Das automatisiert sofort ein Backup los, das erstmal ein komplettes Backup auf diese Platte stiebt, die ich angeklipselt habe. Das ist eine von den Varianten, eine von den vielen tollen Dingen, die man mit UDEP machen kann. Und genau, das wollte ich jetzt heute einfach mal so ein bisschen zeigen, wie das denn so geht. So, first of all, alle mal Hände hoch. Alle, alle mal Hände hoch. Und dann nehmt eure Hände wieder runter, wenn ihr keine Ahnung habt, was UDEP ist. Okay, alles klar. Dann nehmt eure Hände mal runter, wenn ihr wisst, was UDEP ist, aber ihr noch nie mit UDEP wirklich gearbeitet habt. Wenn ihr schon mal mit UDEP gearbeitet habt, aber eigentlich doch keine Ahnung habt. Alles klar, wir haben drei Leute, die überbleiben, die schon mal mit UDEP gearbeitet haben und sich damit auskennen. Wunderbar. So, was ist UDEP? UDEP ist so ein Ding. UDEP ist so eine Software, die läuft auf so Linuxen. So wie dem da. Und was die macht ist im Wesentlichen, sie kümmert sich um Hogplug-Events. Also zum Beispiel, wenn ich so einen USB-Stick reinstecke. Dann kümmert sich, dann kann ich den USB-Stick irgendwie aufrufen. Das ist jetzt nicht der USB-Stick, aber ich habe hier irgendwie so einen Dev-SDA. Das ist irgendwie meine interne Festplatte. Das Ding ist angelegt von UDEP. Da ist irgendwann diese Festplatte aufgetaucht, während diese Kiste hochgefahren ist. Und dann hat UDEP das gesehen. Und dann hat UDEP gesagt, dann mache ich mal hier Dev-SDA irgendwie so dahin. Und UDEP kümmert sich eben auch darum, wenn irgendwie ich Dinge anstecke oder wenn Dinge plötzlich auftauchen. Und sorgt dafür, dass das System entsprechend aufgesetzt wird und dass ich bestimmte Dinge damit machen kann. Das können wir uns auch mal anschauen. Wir können uns einfach mal den UDEP ADM angucken. UDEP ADM Monitor. Der guckt uns jetzt nämlich diese ganzen Events an und sagt uns Bescheid, wenn ein Event kommt. Ich stecke jetzt mal diesen Stick hier rein. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, weil dieser Stick gerade ein bisschen nervig ist. So, jetzt sehen wir was. Jetzt sehen wir, dass uns der UDEP ADM Monitor mit einer ganzen Menge an Zeug zuschmeißt. Und das, was man da oben in der Ecke gesehen hat, ist mein Auto-Mounter. Das ist gerade egal. Genau, wir sehen hier verschiedene Dinge. Wir sehen einmal so Kernel-Events und wir sehen so UDEP-Events. Kernel-Events sind sozusagen das, wo das Gerät an sich auftaucht. Und diese UDEP-Events sind die Events, die auftauchen, wenn UDEP mit dem Gerät fertig ist. Und wir sehen irgendwie, wenn ich so einen USB-Stick einstecke, dann sagt der Kernel irgendwie, wir haben so ein AD. Und dieses AD passiert irgendwie so hier im USB-Subsystem, irgendwie logisch, weil dieses Ding über USB angeschlossen ist. Und jetzt gerade ist es wieder runtergefallen. Dieser Stick ist ein bisschen kaputt, aber das tut trotzdem. Genau, wir sehen hier, wir haben Events im SCSI-Subsystem, weil das Ding so als Gerät irgendwie auf dem SCSI-Subsystem mit dabei hängt. Und da haben wir noch SCSI-Disk, SCSI, also einen Haufen von Zeug. Und das können wir jetzt irgendwie benutzen. Also wir stecken dieses Ding hier irgendwie an. Und dann kommen die ganzen Events und wir können es mal auf diese Events triggern. Wir können zum Beispiel sagen, ich würde gerne, wenn ein bestimmtes Gerät auftaucht, wann hat das einen Wackelkontakt? Wenn ein bestimmtes Gerät auftaucht, würde ich bestimmte Dinge tun. Erstmal müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir dieses Gerät dann klassifizieren können. Jetzt ist es da, sehr schön. Und dazu können wir Folgendes machen. Das muss ich kurz... Ich kann mir das natürlich nicht merken, deswegen habe ich da ein Alias für. Wir können wesentlich sagen, UDF-ADM kann nicht nur monitoren, der kann uns nämlich auch Informationen geben. Und zwar wollen wir den Path, den dieses Gerät quasi in unserem System hat, haben. Und zwar für das Gerät namens SDB. Also dieser Stick ist gemount worden als SDB. Er ist gerade weggefallen als SDB und kommt gerade wieder als SDB. Habe ich mal erwähnt, dass dieser Stick ein bisschen beunruhigend komisch ist. Egal. Tut. Gut für Backups. Ja, für Backups ist ja super. Genau. Und was das Ding macht, ist, es gibt uns einen ultralangen, ganz kompliziert aussehenden String. Und das ist im Wesentlichen der Pfad, den dieses Gerät jetzt im Subsystem Slash-Syss hat. Wer keine Ahnung von Slash-Syss hat, ist egal. Brauchen wir nicht. Das Einzige, was wir brauchen ist... Ups. Das Einzige, was wir brauchen ist, das ist der Identifier, den dieser Stick jetzt quasi im Kernel intern bei Linux hat. Die ganzen Befehle und so, die gibt es dann später auch nochmal schriftlich. Das wird... Da habe ich einen Blogpost zu, der wird entsprechend verlinkt bei dem Video. Ja. Kurz einhaken. Immer. Dieser Identifier, die Geräte und anschlussspezifel Serbs, ist der der gleiche, wenn ich an einem USB-Port gehe? Lass uns das doch mal ausprobieren. Und die andere Frage ist, das sieht nicht so aus, als wäre da eine Serienmordung in den Winkel. Ist der der gleiche, wenn ich den Baugleich im USB-Stack habe? Ne, das ist... Das hängt am Port, mit ziemlich großer Sicherheit. Okay. So, schauen wir doch mal. Und wir sehen... Nö, ist anders. Ja, gut, denn jetzt bist du von USB 2 auf USB 3 gewechselt, oder? Kann das sein? Das ist richtig, das kann ich auch nochmal machen, ich habe noch einen zweiten USB 3-Port. So, kommt der, kommt der, kommt der. Und da sehen wir, in dem Fall ist er auch nicht identisch. Wir haben hier den 3, den 3, 2er und hier haben wir den 3, 1er zum Beispiel. Hier auch. Und die USB-Ports hängen offensichtlich auf dem selben PCI-Bus. Der USB 2-Port hängt auf dem anderen PCI-Bus, wie es aussieht. Aber ja, dieser Pfad ist nicht persistent, wenn du den Port wechselst. Aber es ist halt auch, bei einem anderen USB-Stack ist es gleich, oder? Theoretisch sollte es bei einem anderen USB-Stack der gleiche sein, weil wir hier im Wesentlichen nur ein bestimmtes Gerät ansteuern. Das ist insofern problematisch, weil das heißt, wenn wir das Beispiel unserer Backup-Platte nehmen, wenn ich die Backup-Platte an einen anderen USB-Port anschließe, dann hat der hier einen anderen Identifier. Das heißt, das kann ich schon mal nicht benutzen. Oder wenn ich ein anderes Gerät an denselben Port schiebe, dann hat der denselben Identifier. Das heißt, ich will den natürlich nicht als Identifier für Backup benutzen, sonst stecke ich irgendwie so einen 2 GB USB-Stick an und mein System fängt erstmal an, da irgendwie einmal voll Backup drauf zu schaufeln. Das heißt, das ist irgendwie nicht das, was wir haben wollen. Jetzt gibt es aber noch udefadm-info-minus, wir wollen einfach mal alles haben, und zwar vom Pfad. Und das ist eben dieser Pfad. Bums. Ich sollte vielleicht... udefadm-info-a-p ein Leerzeichen mehr schön. So. Ja. Genau. So, jetzt sehen wir, dass wir hier irgendwie eine ganze Menge Gemüse kriegen, damit wir da ein bisschen besser durchgucken können. So, viel schöner. Genau. Was sehen wir? Wir sehen hier jetzt, udefadm-info sagt mir, was für Eigenschaften sind mit diesem Gerät verknüpft. Zum Beispiel guckt ihr sich jetzt das Device an. Device ist PCI, bla, hast du nicht gesehen, sollt, bla, bla, block, SDB. Das ist das, was wir ihm gegeben haben. Und wir sehen hier, das ist irgendwie das Block-System, das Subsystem des Kernels. Der Name, der Kernel, den wir ihm gegeben haben, ist SDB. Das ist das, was wir auch in Slash-Dev finden. Sollte irgendwer irgendwelche Verständnisfragen haben oder jemand hat das Gefühl, er wird abgehängt, einfach Bescheid sagen, dann korrigiere ich das on the spot. Genau, und hier sehen wir einfach verschiedene Informationen. Zum Beispiel sehen wir, das ist ein Removable und zwar 1, also true oder so. Also Booleans sind in dem System 0 und 1, das ist ein bisschen, naja, kann man mitarbeiten. Wir sehen hier die Größe von diesem Stick. Wir sehen hier, das war es schon. So, genau, also wir haben irgendwie, keine Ahnung, In-Flight, was auch immer das ist, eine Range. Es ist nicht Read-Only, wir können also offensichtlich schreiben. Genau. Dann haben wir hier ein Looking-At-Parent-Device. Was UDEF nämlich jetzt macht, ist, es marschiert uns einfach mal durch diesen gesamten Baum, den der Kernel so hat. Also wir haben ja eben gesehen, dieses Device wird einmal erkannt als Block-Device. Und es wird irgendwie auch erkannt im SCSI-Subsystem zum Beispiel. Oh, SCSI-Subsystem. Was für ein Zufall. Da ist es zum Beispiel auch drin, als quasi externes Gerät. Und da sehen wir so Dinge wie Vendor Kingston. Das ist also offensichtlich ein Kingston-USB-Stick. Sehe ich zwar gerade nicht, weiß ich aber, dass das der Fall ist. Das Model, was wir haben, ist Data Traveller 2.0. Das sieht doch schon mal ziemlich danach aus, als könnten wir das benutzen, um diesen Stick ziemlich eindeutig zu identifizieren. Ja, gut, Kingston Data Traveller, ja, das ist richtig. Aber wir haben ja noch einen Haufen anderer Dinge, nicht wahr? Wir haben hier Zeug und wir haben hier noch mehr Zeug. Wir haben hier eine Seriennummer. Oh, Seriennummer klingt sehr gut. Also ist jetzt nicht so, als würden uns da die Attribute ausgehen. Wir haben da echt eine ganze Menge von. Ja. Genau, verschiedenste Subsysteme, verschiedenstes Zeug. In welchem Subsystem hängt die Seriennummer? USB-Subsystem, okay. Genau, also wir haben hier irgendwie verschiedene Identifier, die wir verwenden können. Und darüber können wir diesen Stick jetzt eindeutig identifizieren. Was ich jetzt mal mache, ist, ich teile mir das einfach mal in TMP Gemüse. Und jetzt brauche ich mal eben, ich brauche mal eben eine Hubschel. So, jetzt haben wir irgendwie unser Parameter-Set, mit dem wir diesen USB-Stick identifizieren können. Jetzt können wir UDEV sagen, mach mal Dinge für uns, wenn der auftaucht. Das machen wir über sogenannte UDEV-Regeln. Um eine UDEV-Regel anzulegen, müssen wir sie legen in etc. UDEV rules D. Der Name ist egal. Solange er auf Rules endet. Also, jede Datei, die im Verzeichnis etc. UDEV rules D liegt und auf Punkt Rules endet, wird von UDEV gelesen und ausgewertet. So, das machen wir mal. Und wir nehmen uns mal unser Gemüse dazu. Und aus dem Gemüse suchen wir uns jetzt einfach mal... Wir nehmen einfach das Subsystems CSI, damit wir ein bisschen was haben. Ich nehme jetzt einfach mal hier... Ne, ich nehme nicht die Serial, ich nehme jetzt einfach hier Identify und bla, passt schon. Wenn man das in der Praxis anwendet, will man das natürlich so machen, dass das eindeutig ist. Aber ich denke, for the purpose of this talk, passt das schon. Genau, so, wir sehen also, wir haben irgendwie... Wir sind im Subsystem... Wir haben irgendwie... Das Ding hängt im Subsystem CSI. Das Model ist Data Traveller 2.0. Der Vendor ist Kingston. Und wir sehen hier, wir können mit Doppelgleich diese Dinger entsprechend matchen. Also ich sage quasi, wenn das Subsystem CSI ist und wenn das Model von dem Ding Data Traveller 2.0 ist und wenn der Vendor Kingston ist und bla, dann passieren Dinge. Was wir auch noch machen können ist, wir wollen ja, dass unser Backup nur losläuft, wenn wir das Ding anstecken. Wir wollen ja nicht, dass unser Backup anfängt, wenn wir das Ding abgezogen haben. Wenn ihr euch denn an den UDF-ADM Monitor erinnert, das waren alles Add Events. Das heißt, wir können noch auf eine Action matchen. Nämlich auf die Action Add. So, das heißt, wenn wir eine Action haben, Add, und diese ganzen anderen Parameter, die wir selbst haben, passen, dann match diese Regel auf unser Gerät. Und was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel, wir können sagen, jetzt gibt es so eine Variable Run. In Run können wir mit Plus gleich einfach beliebig viele Kommandos anhängen, die einfach ausgeführt werden sollen. UserBinTouch, TMP, Hello, I'm an USB-Stick. Bums. Machen wir das mal so. Und wenn wir das haben, haben wir sozusagen drei Dinge, vier Dinge, die matchen müssen und dann einmal hier sozusagen so ein Actionable Statement. Da führen wir jetzt einfach mal so ein Touch auf aus dieses Ding da. Das brauchen wir nicht mehr. Hello, I'm an USB-Stick. Die Datei gibt es offensichtlich nicht. UDEV, ADM, Control. Wir müssen einmal die Regeln neu laden, damit UDEV mitkriegt, dass das eine neue Regel ist. Jetzt ziehe ich das Ding einmal raus. Ich das Ding jetzt einstecke. Und der, der das Teil erkennt, was er gerade getan hat, sollte in der Theorie, wenn ich jetzt nichts verkackt habe, diese Datei existieren. Das heißt, wir haben quasi über dieses UDEV-ADM uns dieses Gerät angeschaut, auf dieses Gerät gematcht und eine Aktion ausgelöst, basierend auf diesem Gerät. Genau, gibt es Fragen soweit? In der Realität, also wenn man jetzt nicht ein Gerät will, sondern ein Gerät-Typ, zum Beispiel irgendwie sowas wie diese UBTs, würde man wahrscheinlich nicht die Strings verwendet, also die bezeichneten Dokumenten, oder? Oder vorwendig plötzlich bezeichnen und dann lieber so nicht ID-Modell, ID-Vendor, wie das heißt. Ich benutze tatsächlich diese Dinger hier, ja. Also, ja, es gibt auch ID-Vendor. Achso, du meinst, welches Feld wir genau nehmen? ID-Groß-Vendor. Heißt das für eine kleine Hörer oder schlechte? Achso, ID... Genau, das kenne ich zumindest, das und das verwendet. Ich weiß nicht warum, aber... Achso, ja gut, das sollte in der Theorie eine eindeutige ID sein, die dem Vendor zugeordnet ist. Das heißt, das kannst du auch zum Matching benutzen. Oder hier Product-ID. Genau, also ob du jetzt irgendwie auf den Vendor String matchst oder ob du auf den String hier matchst, der sozusagen die numerische ID des Vendors ist, macht from a technical point of view keinen Unterschied. Du willst natürlich... Sicher? Ja, ob ich jetzt auf Kingston matche oder ob ich auf 0951 matche, ist kein Unterschied für Judith. Ja, 0951 ändert sich. Manufaktur kann sich doch ganz theoretisch ändern. Genau, das ist dann der praktische Punkt. Also für Judith ist es egal. In der Praxis willst du natürlich idealerweise Felder auswählen, die sich höchstwahrscheinlich nicht ändern oder die höchstwahrscheinlich möglichst wenig mit Geräten übereinstimmen, die nicht triggern sollen. Genau. Idealerweise so eine Seriennummer ist schon echt ein ganz attraktiver Punkt. Wie weißt du, ob es schien, diese Spalte 10 zu flashen, wo diese Informationen durchspielen? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Lass uns doch mal was ausprobieren. Man kann die Dinge, man kann ein paar von diesen Attributen auch setzen. Nicht? Schade. Also ein paar von den Attributen kann man setzen. Zum Beispiel das Removable. Ich bin mir relativ sicher, dass du das Removable hier, die Zeile, die könntest du artifiziell per Hand auf 0 setzen und das Ding dann quasi als nicht removable device deklarieren. Es gibt zum Beispiel auch ein ähnliches Flag, das heißt internal. Damit kannst du Geräte zum Beispiel als intern oder nicht intern deklarieren. Das mache ich zum Beispiel bei ein paar Geräten im Zusammenhang mit Device-Mappern so. Ich könnte zum Beispiel einfach sagen, war das jetzt ein Att? Das war eins mit R nur. Ich könnte jetzt einfach so das Ding auf 0 setzen und dann würde er mir das Removable für das Device auch wegnehmen. Was das dann praktischerweise heißen würde, wäre höchstwahrscheinlich, dass mein UDISCII mir den Stick nicht mehr mounten würde, weil UDISCII sich nur um externe Datenträger kümmert. Aber das nur so als kleinen Hingucker. So, jetzt haben wir für Backup-Purposes aber noch ein weiteres Problem, nämlich wir haben hier dieses Run und ich könnte über dieses Run jetzt einfach mein Backup-Skript starten und dann würde das irgendwie Backups machen. Except for kann ich schon tun, geht aber kaputt, weil UDF auf diese Kommandos, die hier sitzen, einen Timeout setzt von, wenn ich das richtig im Kopf habe, 180 Sekunden. Das heißt, entweder euer Backup läuft in weniger als drei Minuten durch oder UDF macht es wieder platt. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir länger Running-Jobs mit UDF machen können. Wie machen wir das? Wir legen eine weitere Datei, also eine Möglichkeit, wie man das tun kann, ist, wir legen eine weitere Datei an. In ETC System, die System, Toast, Brot, Punkt, Service. Wir legen einfach eine Service-Datei an. Unit, ähm, ach, weißt du was? Dem, äh, ETC System, die System, Toast, äh, Demo, Unit. Zufällig liegt da schon so eine ähnliche Unit bei mir rum. Ähm, was für ein Zufall. Da hätte ja jetzt keiner mit rechnen können. Äh, genau. Also wir legen einfach so eine, so eine System-D-Unit an. Die hat irgendwie eine Description, das ist irgendwie meine Simple-Demo. Das ist natürlich kein Demo. Das ist natürlich Toastbrot. Ähm, meine einfache, mein einfacher Toastbrot-Service. Und das ist irgendwie ein Service-Type-Simple, brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Und der startet einfach irgendwie User-Bin-Touch, TMP-Demonstrator. Ähm, Demonstrator gibt es offensichtlich noch nicht. Ähm, na, und jetzt müssen wir dieses Ding irgendwie starten. Und was wir einfach machen können, ist, wir nehmen uns unsere UDEF-Regel und können, da UDEF und System-D mittlerweile ein oder dasselbe sind, das ist dieselbe Komponente, können wir einfach sagen, okay, wir machen, wir sitzen eine Environment-Variable. System-D-Wants, System-D-Wants gleich Toastbrot-Service. Ähm, ja, das lassen wir nochmal mit drin, damit wir sehen, dass die Abonnierer, lassen wir nochmal weg. Ähm, genau, System-D-Wants, da habe ich, ne, da habe ich kein Komponente vergessen. Ähm, und was wir noch machen müssen, ist, das muss man wissen, äh, UDEF hat Tags und wir müssen an das Device jetzt den Tag System-D dran kleben, denn wenn der Tag System-D nicht dran klebt, dann wird System-D sich das Ding gar nicht erst angucken. Und wir wollen ja, dass System-D sich das Ding anguckt, damit es sieht, oh, System-D-Wants, Toastbrot-Service, sollte ich vielleicht starten. Genau. Äh, dann machen wir das, UDEF-ADM-Control-Reload, flupp. Und dann, ähm, nochmal einen Daemon-Reload, damit er die Unit auch gefunden hat. Äh, so, wenn wir jetzt den Stick einstecken, kann sich nur um Stunden handeln, da ist das Gerät. Und in der Theorie haben wir einen, äh, einen Fall-Demonstrator, das heißt, Status Toastbrot-Service äh, exited 13 seconds ago. Sieht also ziemlich danach aus, sieht also ziemlich danach aus, dass das Ganze so funktioniert hat, wie wir das gerne hätten. Genau. Und das heißt, da kann ich jetzt, in dieses System-D-Unit, kann ich jetzt einfach, ähm, ähm, den, meinen, äh, Backup-Skript reintun, kann dann noch irgendwie zusätzlich ein Foo machen, kann noch irgendwie einen User setzen, oder was weiß ich. Ähm, da habe ich auch nur etwas ausführlichere Unit noch in den Blogpost drin. Ähm, ähm, genau. Im Wesentlichen kann ich hier jetzt jeden beliebigen Long-Running-Job reintun, der dann von UDEF ausgelöst wird. Ähm, und das Schöne ist, dadurch, dass das jetzt in der System-D-Unit sitzt, habe ich auch zusätzlich noch automatisch Slogging von dem Output, von dem Kommando, das ich laufen lasse. Das heißt, ich kann mir später auch anschauen, ähm, was mir das Kommando so ausgegeben hat. Und zwar in seiner eigenen Unit. Das ist ganz schön. So. Soweit so geil. Ähm, wir können es aber noch ein bisschen fancier machen. Ähm, wenn man zum Beispiel so einen, ähm, so einen Stick ansteckt, dann werden, dann wird der, ist der bei mir jetzt irgendwie auf SDB gemappt worden. Aber es kann ja auch sein, wenn schon SDB existiert, weil ich, keine Ahnung, schon eine andere Platte drin habe, dann ist der Stick irgendwie SDC. Und wenn mein Skript jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hardcoded auf SDB-Map, dann stecke ich diesen Stick an, das Skript wird ausgelöst und fängt an irgendwie, mein Backup auf den 2 GB großen Stick zu schaufeln, der da als SDB gemountet ist, obwohl die eigentliche Backup-Platte irgendwie SDC ist. Das ist ja nicht so schön. Ähm, deswegen kann man irgendwie sich das Leben einfacher machen. Und ich würde auch sagen, mach mal ein Sim-Link. Und wir nennen ihn mal Toastbrot. Einfach so, habe ich gerade Lust drauf. Ähm, genau. So. Gibt es nicht. Udef, so, wir können hier rausziehen, Udef, ADM-Control, minus R. Stecken wir das Ding wieder rein. Da ist er. Und jetzt haben wir einen Sim-Link Toastbrot, der uns auf SDB 1 zeigt, nämlich auf die entsprechende, das entsprechende Gerät, ähm, das da gematcht wurde. Richtig. Und jetzt können wir im Wesentlichen in unserem Backup-Skript sagen, keine Ahnung, das Gerät, der Toastbrot, ist eben das, auf das du dein Backup machen möchtest und das und zwar kein anderes. Wenn wir den Stick wieder abziehen, das ist auch ganz fancy, ähm, ist der Sim-Link auch wieder weg. Das heißt, Udef räumt sogar hinter uns auf. Genau. Das war das. Ähm, gibt es Fragen bis hierhin? Gut, wenn es keine Fragen gibt, viel liege ich in der Zeit, auch eigentlich ganz gut, dann wäre das im Wesentlichen so ein Setup, wo man im Wesentlichen so ein Backup machen kann. Wenn man sozusagen, also was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, bei mir mountet das Backup, Backup kümmert sich das Backup-Skript selber um das Mounten von dem Ding. Das heißt, ich kann das sofort triggern, sagen, mounte mir Death Toastbrot irgendwo hin, mach's Backup rein, anmounte das Ding danach wieder und schmeiß es raus. Wenn ihr ein Backup macht auf eine, ähm, Platte, die schon, äh, die von was anderem gemountet wird, zum Beispiel, wenn ich diesen Stick einstecke und, äh, der würde jetzt hier von New Disky gemountet und dann würde ich dahin irgendwie ein Backup machen, dann müsst ihr in eurem Backup-Skript natürlich vorher noch sagen, ähm, dass, dass, darauf achten, dass das Ding noch eben wartet, bis der Mount-Point auch da ist, ansonsten schaufelt es euch das Backup potenziell irgendwo auf dieselbe Festplatte, die ihr gerade backupt, das ist nicht so gesund. Genau. Aber abgesehen davon finde ich das einen relativ coolen Weg, wie man im Wesentlichen vollautomatisierte Hardware-Trigger-Backups bauen kann. Ich stecke die Platte ein, Backup läuft, fertig, ich muss mich um nichts kümmern, außer dass die Platte auftaucht. Wenn ich zu Hause bin, nehme ich einfach das Kabel auf alle meine Platten dranhängen, stecke das ein, läuft alles von ganz alleine und, äh, ich muss mich um den Scheiß nicht kümmern. Genau. Wenn ansonsten keine Fragen mehr sind, äh, es gibt noch, wenn man das im Zusammenhang mit einer, wie lange habe ich gebraucht? 20 Minuten? Ja, nee, genau. Das, das, das steht, wenn man das zusammen, im Zusammenhang mit einer Dockingstation verwendet, so wie ich das mache, dann, ähm, also bei mir steckt eben in der Dockingstation die Platte drin, die wird nicht automatisch erkannt, wenn ich aufdocke, dafür gibt es aber auch einen recht einfachen Fix, der, den habe ich dann auch verblockt. Genau. Ja. Ähm, wenn man jetzt mehr, aber das hat sich ja auch die, die man da finden will, zum Beispiel, ja, vielleicht sind, ähm, gibt es da sowas wie ein Urlaubbegriffen oder sowas, oder ist das dann einfach ein Weg mehr, oder ein einziges Weg mehr, Ja, ich hätte jetzt auch mehrere Zeilen, ich weiß gerade nicht, ich glaube, du kannst keine, ich will jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber ich habe jetzt, glaube nicht, dass du, dass du solche Bedingungen oder verknüpfen kannst. Ähm, da bietet sich aber einfach an, man kann einfach, äh, in diesen Rule Files beliebig viele Regeln anlegen, und die werden entsprechend einfach, äh, einfach um sozusagen die in Dateien zu gruppieren. Das heißt, du kannst einfach eine Backup-Punkt-Rules machen, und da legst du eben, genauso wie du es wahrscheinlich gemacht hast, äh, legst man einfach mehrere Regeln rein, da stört sich UDF nicht dran. Genau, ja? Wenn du ausprobieren gerade gemacht hast, äh, findet das gerade in der Skype, der ist dann jedes, jeden wann, äh, ich würde sagen, das weiß nicht unbedingt, aber, ähm, jeden wann einmal aus? Äh, das ist eine ganz hervorragende Frage, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oder was macht, ja gut, dann kann natürlich Gründen und Zeug verbreiten. Wahrscheinlich wird der aber, ja doch, er würde, er hat vier Regeln, wahrscheinlich wird er viermal triggern. Also er matcht nicht auf das erste, sondern, ähm, macht jede Regel. Er, er führt jede Regel aus, ja. Ich glaube nicht, dass UDFD die Application da hat. Ähm, wäre spannend, ob es das hat. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Man kann da auch solche Abschnittssysteme machen, dass du sozusagen Sprünge hast. Du, äh, das hatte ich heute in einem anderen Fall gesehen, als ich was, lieber fest, dass du Bedingungen hast und dann Sprünge hast, wo du, ach, UDF GoTo? Richtig, quasi, quasi ein GoTo zu verschiedenen Sprüngen haben. Also, mehr habe ich es nur noch nicht angeschaut. Ja, doch stimmt, UDF kann auch GoTo. Ob man das benutzen will, sei jedem selber überlassen. Genau. Ja? Also, erst mal jetzt, seine Frage ist, UDF kann so ein bisschen Regex, also man kann so gute Bekündungen oder so einfach und so. Ah, das stimmt, genau. was, was UDF kann, ist zum Beispiel Globbing in, in den Keys hier zum Beispiel. Ich kann irgendwie, keine Ahnung, Data Traveler, beliebige Versionen. Das, das geht. Ähm, aber wenn ich mehrere, also bei, bei einer Seriennummer wird das wahrscheinlich nicht wirklich besonders hübsch werden. Ja, du kannst halt eine Oda-Pipe machen. Ja, du kannst eine Oda-Pipe machen. Ja gut, das würde vermutlich gehen. Ob das hübsch ist, muss man dann gucken, aber das, das würde gehen. Genau, innerhalb des Strings kann man, kann man Regex machen. Ich hätte dann noch mal eine Frage. Ja. Und zwar, ich verstehe nicht so ganz, wo, an welchem Punkt denn UDF so arbeitet. Hat UDF einen Teil im Kernel oder ist das nur ein UDF? UDF ist, glaube ich, nur User Space, kriegt die Events aber vom Kernel, also hängt sich im Wesentlichen an den Kernel dran und verarbeitet die vom Kernel imitierten Events. Das ist das, hm? Was ist das DevTempel Fest, was ich brauche, um UDF zu nutzen? Wie meinst du das? Du kannst mal, also, wenn es auf einer Maschine brauche, muss ich aufs Verstapp das DevTempel zu machen. Ach so. Wohin dann UDF Dinge hat mal den Fehler, dass ich das nicht hatte und dass ich dann lange die Formen muss, sowieso. Die Frage wäre jetzt gewesen, wie schreibt UDF da eigentlich? Das ist eine gute Frage, also auf jeden Fall, da muss ich jetzt tatsächlich gerade passen. Es könnte natürlich sein, dass tatsächlich UDF für bestimmte Dinge ganz spezifisch ein DevTempel DevTemp.fs targetet und diese ganzen Device-Nodes eben genau da erstellt, damit man es theoretisch, also ich glaube nicht, dass es auf den konkreten Mountpoint achtet, sondern die einfach in das entsprechende Device reinwirft. Wobei, sehr spannend, habe ich noch nicht ausprobiert. Das heißt, UDF kann auch ohne DevTempel das arbeiten? Im Prinzip, also UDF ist im Wesentlichen mehr als nur ein Populator für Dev, also alles, was man in dem Ordner hier sieht, das hat alles, das hat quasi, müsste alles UDF gemacht haben, das hat UDF da alles reingebrochen. Zum Beispiel dieses, man sieht hier dieses Wayne-Device, dieses Wayne-Device ist dasselbe Device wie das, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wie das Null-Device, wo ist denn das jetzt? Da. Das Wayne-Device funktioniert genauso wie das Null-Device. Das habe ich da auch über UDF erzeugt. Ich meine, das da sind ja jetzt alles Dateien und Ordner. Ja. Das sind sehr spezielle Dateien. Genau. Die Frage ist halt, ob UDF das auch auf so einer Existenz-Platte abgibt. Du meinst diese konkreten Dateien? Also, rein theoretisch kannst du ja diese ganzen Dateien, glaube ich, alle in so einem Ex-4-Katz. Theoretisch sollte das gehen, wenn Ex-4 den Datei unterstützt. Ich weiß mal, das ist ein Wetter-Datest, aber ich nehme mal an das auch das hier. Das kann man UDF bestimmt irgendwie sagen. Ich weiß aber nicht wie. Also, was UDF halt auch macht, ist es nicht nur Slash-Devs, sondern eben auch Slash-Sys. Die Werte in Slash-Sys kannst du zum Beispiel auch über UDF setzen. Ich setze zum Beispiel meine Trackpoint-Sensitivity über eine UDF-Regel in Slash-Sys. Also, du kannst diese ganzen Attribute, die wir gesehen haben in TMP-Gemüse, diese ganzen Attribute hier, das sind alles Attribute aus Sys. Also, klatsch im Wesentlichen vor den Path hier noch Sys davor, dann findest du genau diese Dateien, die UDF sich da selber auch anguckt. Und diese ganzen Attribute zum Beispiel, ja, dann machen wir das doch gleich mal. Was ist denn das? Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den, ah, nee, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ja, alles klar. Cd-Sys-Devices, was war das? Habe ich vergessen. Ah, PCI-Blablabla war das. Das ist der 14. gewesen. Ja, kommt schon. 4 mal die 0, nochmal 4 mal die 0 und hier wollten wir die 14 haben. USB 3. USB 3, Dankeschön. So, wo geht's da? Das war der 3 1er, glaube ich. Und dann kommt jetzt der 3 1. Ach, das ist so eine Simling-Halle. und dann waren wir bei Host 6 und dann waren wir bei Target, glaube ich. Und dann waren wir bei 6.000 und dann sind wir irgendwo hier, dann machen wir Block, dann sind wir bei SDB und dann sehen wir da diverse Dinge. SDB 1. Das Schöne ist, man kann sich in diesem Sys-Subsystem auch wunderbar über Simlings im Kreis drehen. Also ich kann mich hier wieder hochhangeln zum USB 3-Subsystem und dann wieder runterhangeln und wieder hochhangeln. Das ist super. Aber da sehen wir zum Beispiel, keine Ahnung, Auto, Suspend, Delay, Millisekunden. Da würde ich natürlich nicht rein CD'n, sondern das würde ich einfach mal ausgeben. Okay, das darf ich, das kann er offensichtlich nicht lesen. Gibt es irgendwas anderes Schönes, was wir haben? Gucken wir doch mal. Ah, hier, Removable. Bums, das 1. Das ist also offensichtlich ein Removable. Das ist genau das Property, was wir auch in diesem Device Tree gesehen haben. Also was UDF-ADM-Info im Wesentlichen macht ist, es nimmt uns den Scheiß da ab, dass wir diesen ganzen Kram hier manuell machen müssen. Aber alle Properties, die ich hier habe, Capabilities haben wir da glaube ich auch mal gesehen, das ist 51. Diese ganzen Files, das sind im Wesentlichen, das sind im Wesentlichen Dateirettpräsentationen von den Sachen, die wir da auch gesehen haben in UDF. Und jede von, im Prinzip jede von denen kann ich theoretisch auch setzen. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja. Ja, zu den Anmerkungen, wenn man jetzt sich nicht so unter dem Link da hinten halten möchte, vergibst du diese schön Klaas ist in Sys, also wenn du nochmal nur CD-Sys machst, da kann man sich jetzt auch schon wieder sehr weit durchhandeln, das ist dann, wenn man sich nicht diesen Scheiß-Namen merken möchte. Das ist dann die übrigens UDF-Admin-Info auch. Dann hätten wir hier Sys-Class-Block-SDA und da haben wir sie zum Beispiel ein bisschen kürzer. Dann Subsystem. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Jetzt können wir wieder SDA und da können wir wieder Subsystem. SDA. Das können wir jetzt lange, lange treiben. Es ist ein Irrgarten von Sümlings da unten. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass ich in diesem Subsystem irgendwas nachgucken wollte und plötzlich merke ich, Moment, dieses Directory kommt mir bekannt vor. Ach ja, da war ich ja irgendwie drei Ordner vorher schon mal. Es ist ganz, es ist wunderschön. Macht ganz viel Spaß. Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Chaos-Treffen.